Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Divine Journey, nicht Fiezebiest, zusammen mit den anderen beiden, mit den lieben Lemmen. Hallo. Und der lieben Journey. Hallo, mit dem lieben Fleelen. Hallöchen. Ja, wir sind nicht in die Wolf. Ähm. Divine Journey ist irgendwie so ein kurzer Name, wir müssen uns was längeres überlegen. Was denn? Ähm, ja, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was wir gesagt haben. Was wir machen wollten. Ähm, ich. Woher wollt, äh, entweder Bäume füllen oder ihr noch ein Stück einplanieren und ihr stürzt das Stück einplanieren. Ja, stimmt. Wir wollten bei den Quests mal so ein bisschen wieder gucken. Richtig. Äh, nein. Man hat ja ein Gedächtnis, du. So, das ist ja. Und nun? Problem damit? Ja. Wir brauchen eine Mises-Team. Also, wir rumhacken und selber nichts mehr wissen, was man gesagt hat. Ja, Mike, du kannst mir mal Lava holen. Vergiss es wohl selber. Einplanier jetzt. Also, also, bei den Quests, wenn ich jetzt hinklicke, haben wir bei Journey Begins, haben wir zwei Quests zum Öffnen. Ja, na gut, zwei Diamanten und... Ja. Ich nehme Ende auf die Erle, oder? Nein, lass das mal bitte offen. Erst nochmal. Okay, dann Forge Tools. Zwei Diamanten, kann ich ja claimen. Genau. Tobi. Dann einmal Farmen. Bis hierhin. Wieder. Äh, wenn du dabei bist, kannst du auch gleich alles machen. Also, wie alles? Komplett hier alles? Ja, bis hier hinten hin. Okay. Also, ich kann dir auch den Excavator dafür geben. Ja, dann gib mir den. Muss nur bitte wieder reparieren. Gib mir den Bagger. Bagger? Ja, Excavator. Ich fahre in den Baggerwagen. Hä? Nicht nachfragen. Es ist Jenny. Nicht nachfragen. Also, ähm, ich glaube, ich habe jetzt alles. Ich mache einen Sterling Generator. Ah, die Quest? Hm. Okay. Oh, wir haben hier sogar noch Seared Bricks, über 16 Stück. Okay, ich habe das Farmen weiter, oder? Dann versuche ich, Sugarcana zu bekommen. Die anzupflanzen. Das heißt, ich bin mal von... Toll. Ein Zirik Stone fehlt noch. Eins? Ja. Oh, no, oh, no, no, no. Ähm. Warum? Ach, ich bin doch blöd. Warum gehe ich eigentlich los? Was? Warum gehe ich los mit vollem Inventar? Wenn ich nebenbei, wenn ich jetzt die Sachen hole, die ich jetzt brauche. Ähm, später machen. Äh, Käse. Ja, ganz genau. Warum eigentlich unsere Öfen stehen? Äh, komm. Ja, der Excavator ist aber cool. Ja, es hat dreimal Dreifeld. Ähm. Ach ja, wir brauchen... Wir brauchen zu viel Kram dafür. Gib mir mal Kohle. Gib mir mal noch mehr Steine. Die letzten paar Steine, die wir noch haben. Ja, wir können... Oh, das war mir gerade mein Knie. Ähm, wir können danach was holen noch. Einen Steinen. Und dann... Ja, äh... Können ja einfach in die Mine dann. Ja, noch mal die Mine. Nö. Also, mir ist heute, das muss ich sagen, mir ist heute auf der Arbeit mehrmals die Stimme einfach weggelaufen. Warum läuft dir die Stimme weg? Ne, ähm, weißt du, ich war gerade bei der Patientin etwas aufklären über, weißt du, irgendwas sagen gerade und auf einmal, ähm, kam nur noch... Also, so wie immer. Toll. Nein. Nein. Nein, weißt du, wenn deine Stimme auf einmal weg ist. Ja, also, so wie immer bei dir. Nein. Warum hat ein Pisten... Warum braucht ein Pisten mit Chest? Mike, kannst du mal bitte Holz angehen? Geht's erstmal einbrennen in die Folge, die nächste Folge, ja? Ja, nächste Folge ist erst das nächste Mal. Also. Jetzt hast du unser, jetzt hast du unser Prinzip verraten. Äh. Ja. Und? Das ist immer schon nicht. Höchststrafe. Was denn? Ignoriert werden von dir? Yes. Ich hab schon über, äh, viereinhalb Stacks erdört. Glückwunsch. Ja. Jetzt ist zu viel. Ja. Wir werden. Aber dann auch diese ganze Ebene quasi, äh, von Gras befreien. Wenn du da schon mal dabei bist. So. Wieso, das hat ja ab. Hm? Fährt ja mit runter. Ey, hier sind Wale gestrandet bei mir. Was? Hier sind Wale gestrandet. Nein. Ich verkneif mir jetzt den Kommentar. Zwei Wale. Ich verkneif mir jetzt ganz gewaltig den Kommentar. Hier sind Wale gestrandet. Ja, die hübschen gerade im Wasser. Hast du einen Spiegel geguckt, oder was? Du bist ins Wasser gesprungen? Büssig. Hey, komm. Ey, Leute. Geht euch vergraben, bitte. Ich will euch nicht mehr hören. Wen? Euch. Okay, dann geht's. Sie ist ins Wasser gesprungen. Na, sagen die wir, äh, naja, egal. Ja, ich sammle mal kurz ein bisschen Holz. Oh, hier ist ein Ding eingeschlagen. Und was? Meteorit. Was für eine? Ja, da, wo du die, ähm, Dinge rausbekommst. Also, Pallengestix. Ja, ME-Systemzeug. Ah, okay. Also, nicht allzu weit weg. Nicht allzu weit weg. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist der zweite Meteorit mittlerweile, Bonzo in der Nähe. Echt? Ich hab noch nicht einer, als die Bonzo gesehen. Hm, ist der zweite. So, kurz hier mal ein bisschen... was einplanieren. Ach, nein. Ich hau immer die, äh, die Blätter kaputt. Von, ne, übrigens, wenn die Grand, äh, Grander Wood, oder wie heißt das? Great Wood. Er findet, bitte anpflanzen. Ich finde das Holz ziemlich süß. Das ist ja nicht so, als ob wir dafür, äh, Thumbcraft erstmal brauchen. Ich hab, hä? Ach, nee, gar nicht, war die kriegen wir ja hier so. Die Seeds kriegst du so. Stimmt ja, da war ja was. Und jetzt klingelt das Telefon drüben. Wow, danke. Telefon bleibt Telefon. Ich ignorier mich. So. Mein kleiner Bruder bringt gerade das Telefon. Hört du? Nein, bringt er nicht. Braver kleiner Bruder. Ähm. Ich pflanze mal ein paar mehr Bäumchen an. Einfach, weil ich keine, ja, ich hab keine Lust, die Supplinge irgendwo reinzulegen. Mir nix sagst, die Wahrheit. Ja, und es ist ja egal, wir haben ja Weinminer, das geht ja schnell, die Bäume zu füllen. Ja, richtig. So, dann noch ein paar Birken. Wenn ein gewisser Lämmen nicht wieder vergisst, welche Taste er verwendet hat, ja. Hat er eh schon wieder. Also mein Vater ruft mich gerade an, soll ich reingehen? Ach komm, Live-Aufnahme natürlich nicht. Nein. Ist sie da jetzt wirklich reingegangen? Weiß ich nicht. Ja. Ach, klasse. Äh, die acht Steine. Ach, ich bin doch doof. Ja, das müsste es sein. Da kann ich einen Pisten bauen. So, mein Vater hat nur gefragt, wo wir Brot brauchen. Ich hab gesagt, nein. Ähm. Ja, ihr braucht Brot. Ich hab keine Ahnung, wo wir Brot brauchen. Nein. Ich glaub, jetzt erstmal nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Was denn? Ähm. Ich brauch noch mehr Steine. Ah, okay. Ich geh garantiert nicht mehr zu sehen. Ach komm, ich brenne mal gleich ein bisschen mehr Steine durch. Es juckt, es juckt, es juckt, es juckt. Dann musst du kratzen. Geh dich waschen. Ja, wow. Also diese Baumfläche, die hat es echt in sich, also. Geil ist es nicht. Nee, deswegen nicht. Also, wenn man wirklich Holz braucht, kann man halt einmal durchrennen und man hat genug. Und das wächst halt auch schnell genug nach. So. Ne? Jep, wir haben den Sterling Generator fertig. Wow, wir kriegen 10 Kohle dafür. Nicht gleich so viel. Ähm, ich stell ihn erstmal. Nee, auf welcher Seite wollten wir jetzt noch die Technikhalle machen? Gegenüber vom Mienenhaus, oder? Äh, Mienenhaus, wenn du gerade ausschaust auf diesen, ähm, Strohding, soll er rechts davon sein. Wenn du beim Mienenhaus bist, geradeaus guckst, auf diesen Strohding, rechts davon. What? Geh bitte zu dem Mienenhaus. Ja. Stell dich an die Tür. Welche? Stell dich so an die Tür, dass du das Strohhaus siehst. Ja. Gut. Und jetzt rechts neben dir. Guckst du hin? Also gegenüber vom Mienenhaus. Hä, wieso gegenüber? Das ist nebenan. Das ist gegenüber. Gegenüber? Der Haupteingang ist nicht Richtung Stroh. Haus. Echt nicht? Nein. Gut. Warum nicht? So, Sturling Generator. Einfach, weil ich's kann. Und ich schmeiß mal ein bisschen Holz rein. Okay, mein Handy vibriert wieder. Kaffee. Ja, jetzt geh ich mal. Gut. Ähm, was kann ich denn jetzt noch machen? Mensch, da wär voll. Ähm, wir haben irgendwas noch, was ich noch vielleicht machen kann. Ich könnte ein Redstone Furnace oder ein Pulverizer bauen. Pulverizer wär nicht schlecht. Ähm, das Problem ist nur, irgendwer hat noch Maschinenframes. Nicht abgeben, die Quest. Tobi legt ihr mal ins Bett. Ja, mach ich grad. Äh, wahrscheinlich war es, warte. Weil wir haben nur einen davon und keine zwei. Ja, ihr könnt übrigens Schoko-Kern abgeben. Ähm, welche Quest war denn das? Ich weiß es nicht. Wir haben die aber irgendwo herbekommen. Basic Energy kann nicht Kohle, warte. Nein, wir mussten die einmal craften. Hm, mein Fehler. So, haben wir irgendwo noch normales Glas? Nee, aber ich kann, wenn ich grad unterwegs bin, soll ich Sand mitnehmen? Äh, nee, Mike. Ich hoffe, du hast jetzt nicht die paar Plätze mit Sand da dich geschüttet. Den Sand, nee. Ja, dann kannst du den Sand mal ein bisschen abbauen. Oh, das ist doch... So, ich sammle nur mal im 32, dass ich mal wieder Glas machen kann. Ähm, Obelisk ist der Gute, du sollst nicht weg davon gehen. Ist egal. Wir haben doch keinen Traumkraft, dass da irgendwas passiert. Mach mal einfach den kompletten Plan. Oh, hier ist ein Wächter. Ja. Ich kann nicht hingehen. Du, ich hab grad gefragt, ob ich hingehen soll. Du sagst nein. Äh, ja. Ich hab gesagt, da passiert noch nicht viel. Ich hab nie gesagt, dass du da jetzt schon hingehen sollst. Ja. Folgt dir mich jetzt ewig, der Ding? Ja. Echt jetzt? Ja. Das will der töten, weißt du. Oh. Oh, ich bin gefangen. Bin gleich tot. Ich weckte mich ewig, wenn du da jetzt dort stehen. Der bleibt ja jetzt stehen. Ah, okay. Meine Fresse. Ich hab keine Ahnung, ich hab damit noch nicht gemacht. Ich hab es damit noch nicht gemacht. Das ist ein stinknormaler Mob. Ja, ich hab es... Ja, du hast es noch nicht mit ihm gemacht, genau. Hä? Jetzt geht es sich doch noch dran. Was hast du denn so viele Gedanken? Sag ich dir nicht. Mhm. Die sind ganz meins. Oh mein, wie viel Sand ist denn da? Ja, Mike, du musst jetzt auf einmal nicht alles rausholen. Du kannst auch andere Arbeiten nochmal machen. Du musst nicht sechs Stunden wieder in der Mine hocken. Also ich hab jetzt zwei Stacks und fünf Stück. Ja, also das reicht erst mal. Blub, blub, blub. So. Ja, wir haben noch kein Kupfer eingeschmolzen. Äh, ich hab nicht zufrieden bekommen, dass wir es hätten machen können und es sollten. Und hätten. Ja. Wer hätte Deutschlandkette. Hätte, hätte, Fahrradkette. 20 langen hier. Ja, okay. Jetzt kann ich gleich zum Hause gehen. Dann schmelze mal erst Kupfer ein, bitte. Hui. Äh, was brauchen wir noch? Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Gold. Gold. Haben wir noch ein bisschen was? Ähm, dann Redstone, Flint, das hab ich alles. Und hier brauch ich Bricks für. Das heißt, ich muss acht Clay einschmelzen. In den Ofen mit dir. Wir sollten echt mal einen elektrischen Ofen. Das ist, glaub ich, das erste Ding, was ich bauen werde. Also, electrical furnace. Ja, das ist das erste, was ich jetzt bauen werde. Dafür brauch ich die Bricks. Ich brauch acht Kupfer. Na, hab ich schon Kupfer rausgegeben? Äh, Tobi, ich hab zur Befürchtung, wir haben zu wenig Glas. Äh, das kann vielleicht sein, dann müssen wir noch wieder was einschmelzen. Also, ich will Krierglas verwenden. Ja, davon rede ich ja. Äh, kannst du uns nochmal wieder Lava holen, Mike? Haben wir nicht gesagt, es gibt so... Haben wir Crucible oder sowas in der Art? Nein. Hm. Also, sowas in der Art, ja, aber bis wir das bauen können, dauert's noch. Und dafür brauchen wir Strom. Und ab dem Zeitpunkt brauchen wir dann eh kaum noch die Smell Tree. Ah, okay. Also. Das ganze Dirt-Gerümbel. Es brennt. Ey, ich hab Lava gefunden. Lava-See. Äh, Dirt ist auch hier drin. Ach, hier ist ja alles. Eigens wird hier bestimmt, ja. Ja. Lava. Lava. Lava-Lava. Ah, oh. Jetzt hab ich... Oh, jetzt hab ich jetzt... Jetzt... Dunkel, hier hat Tobi... Äh... Stärker mit Tobi. Lalalala. Hä? Lava-Lava-See. Äh, die ganzen Zepplinge da, wo sich auch die hinballern. Äh, vorne irgendwo erstmal. Sind das Melonen? Es gibt... Seit wann gibt es Melonen im Wald? Schon je will. Nein. Ähm... Wow, aber es sind Minecraft-Viecher. Ja, aber trotzdem wird das durch Mods verändert. Gut, halt nicht. Äh. Das ist das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Also Jenny hat jetzt grad, äh... Probiert war. Hat jetzt gerade, ähm... Lava gefunden, oder was? Ja, aber bringt's nicht mit. Ich hab ja keine... Kein... Kein Eimer. Ach so. Ich zieh zwar einen Eimer kacken, aber trotzdem hab ich keinen Eimer. Äh, wieviel Eimer soll ich dann holen, Tobi? Äh, alle Eimer, die da sind, einmal voll machen. Aber wir sind jetzt... Jenny kommt zu langsam zurück. Wir sind bei 16 Minuten. Ich bin grad auf dem Weg, bin ja gleich da. Okay, ja, gut, dann kann ich das halt wieder reinmachen. Nö, Jenny wird wahrscheinlich noch einen Augenblick brauchen. Wo, wo man sie ist? Äh, ja, das ist halt... Ich hüpfel grad. Okay. Ja, wo denn? Boink, boink, boink. Wir haben ein Redstone-Furnace. Hey, geil. Komm, krieg ich es vielleicht noch hin, einen Pulverizer zu bauen? Ich stehe die gar nicht auf der Minimap. Ja, aber jetzt wüsst du es nicht. Ah, ja. Boink, 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 boink. Äh, auch auf der Kart-Gemeinde. Wo bin ich jetzt? So, na los, komm schön. Resonant und... Da. Ja, ne. Das kriegen wir nicht hin. Ist das noch weit zum Laufen? Ich sehe euch. So, Kupfer ist durch. Dann würde ich gerne noch... Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Wir fragen mal, was da drin ist. Gelbbar und Lied. Auf. Mach's blöd. Hihihi. Also. Wollen wir abmoderieren? Ja. Ja, gerne. Bevor wir hier noch... Hightech. Wir haben einen Ofen. Wir haben einen elektrischen Ofen. Ey. Halt jetzt mal auf. Alter, ich hab noch drei Leben. Ich fläge auf. Dann hör doch einfach mal auf. Anderthalb Leben. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr das guckt habt, lasst Kommentarbewertungen da. Etc, etc. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschau, tschau. Tschüss. 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 Juuu. Tschüss.